Moin moin Leute und willkommen zu diesem Video. Heute war mein Freund bei mir und der hat seine Drohne dabei gehabt. Und ja, da sind wir heute geflogen und auf der Aufnahme sieht es vielleicht nicht ganz so gut aus, aber von weiter weg sah es richtig gut aus. Ja, auf jeden Fall, die Treppe hier, wenn ihr mich auf Insta verfolgt, dann wisst ihr was das ist. Und zwar, mein neues Zimmer wird gemacht auf dem Dachboden. Das Loch wurde schon reingemacht und heute wurde die Treppe reingemacht. Ja, dann würde ich sagen, let's go mit dem Video. Das Video war leider ohne Sound, also das generelle Video. Aber naja, man hat sowieso nur die Drohnengeräusche gehört und das war nicht so besonders. Also, ciao!